Liebe FAZ-Fans, ich freue mich extrem, dass ich bis 2028 hier bleibe und meine Verträge verlängert habe. Ich freue mich extrem, dass ich mit dieser Organisation bleibe, mit den Fans, mit den Spielern, die da sind. Meine Ziele mit der Mannschaft sind sehr hoch, sicher Meistertitel, Kandidat jedes Jahr. Ich will unbedingt meine Potenziale nach oben steigern und die jungen Spieler helfen. Ich glaube, als Klub haben wir die letzten paar Jahre gesehen, was wir machen dürfen und ich bin sicher ein Teil von den Spielern, die unbedingt die Mannschaft helfen wollen, um jedes Jahr zu gewinnen. Das ist sehr wichtig für mich. Ich bedanke den FAZ für den ganzen Vertrauen, freue mich extrem für die Zukunft, die nächsten paar Jahre. Bis zum ersten Mal soll es jeden Tag, wenn ich den Liebchen träge. Das wäre unglaublich schön, wenn wir noch einmal, oder mehrmals sogar, die Meistertitel holen, mit unseren Fans und vor allem für den ganzen Regionszug. Ich freue mich extrem für die Challenge und hoffe, dass wir auf FAZ. die ich mir im letzten Jahr. Ich hoffe, es geht um das Schmerz. Ich freue mich.